2017 habe ich einen richtig lauten Tinnitus bekommen, der mittlerweile nur noch ein leichtes Rauschen ist. Mittlerweile heißt nach sechs Jahren. Die Schulmedizin war damals relativ schnell am Ende ihrer Weisheit. Deswegen habe ich mich aufgemacht, nach Alternativen zu suchen und bin auf die Lasertherapie gestoßen, die ich dann nach langem Hin und Her gemacht habe. Meine Erfahrungen dazu könnt ihr auf meinem neuen Video auf Musiker und Tinnitus sehen.